Ja hallo ihr Lieben herzlich willkommen zurück The Seven Days Ja Lara baut hier schon mal unser Häuschen Kann ich das alles schon fertig verkleiden? Ja Der klingt auch nett Soll das hier ne Garage werden? Mhm Da will ich jetzt rum zum Bergbanken und so was hinstellen Und das soll offen bleiben einfach? Nein Das erste Jahr bis ich zurück zu deines Haus gehe We are now closed Get too close to the gate I'll shoot Achso du brauchst für das Tor hier diese Sachen Ja Ich hab da davon abgelenkt und hoffst ihn halt vergessen Ist nicht schlimm Whatever Aber Alles nicht schlimm Ich hab da davon Ich hab da davon Ja Ich hab da davon Ahem. 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 Oh, God. Bibi. Hm? Hier rechts ist ein riesen Hund mit ihren roten Augen. Hm. Mitten auf der Straße. What the fuck? Was macht der denn hier? Ahem. Honestly. cheapest fuera. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja. Weil wenn du reingehst. Oh genau. Oh whatever. Kann ich noch Holztür reinsetzen? Ich mach gleich Türen rein. Ich glaube noch. Ich mach lieber einmal außenrum statt hier den Boden oder? Ja der Bögen ist ja nur blöd später abzugraden. Da ich das gleich dann außen auch dann noch aus Beton machen sollte. Nur kein Holz mehr. Dann mach außen noch den Rest. Auf jeden Fall hier diese eine Ecke. Ich muss mal gucken ob der hier rein kann. Ja natürlich kann der das. Die können immer alles. Machst du noch diese eine Ecke hier für mich? Welche Ecke? Ja außen. Die. Wieso hab ich die nicht gemacht? Toll. Die. 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 du beim dach zwei schichten gemacht ne ich hab das diesmal dass das irgendwie auf einmal länger dauert zu bauen ich hab aber auch einst breiter gemacht doch ich hab so ein bisschen minimal höher das hat noch aus jetzt seine schicht drüber praktisch aber der boden ist fast gleich auf eine reihe länge wie willst du einmal unser lagerfeuer hinstellen irgendwo das lagerfeuer hab ich nicht mitgenommen ich hab auch nicht genügend stein um eins zu craften müsste es so einstein habe ich ja war das feuer ne feuer lagerfeuer lagerfeuer hier wo auch immer du das hinhaben willst ja ich hab nur angst der hund kommt ne ja vor dem hab ich auch angst wo ist das scheiß jetzt da ja ja da kommt auch näher so ein bisschen ist man wenn man sich duckt leise kommt mir bald so vor oder ist das nur so nur audio technisch weil man halt geduckt ist doch ich glaube man ist dann macht das auch leise wo der hund der hund der hund der hund der hund oh mein gott ich warte kurz bevor ich weiter baue er kommt gerade genau auf mich zu dann kommen wir in den raum und machen die tinte ich habe echt null bock auf den da steht davor guckt direkt an ist das creepy was macht doch so ein riesen fee hier ich hoffe der verschwindet wieder wenn die nacht vorbei ist vielleicht kommt er nur nachts ja wenn ich hole mir gleich die rifles raus ja auf jeden fall du weißt ja was der aushält wenn du mit hämmern darauf schlägst lass uns mal kurz zu dem boden noch auf stein machen und zumindest hier die vier ich habe keinen stein äh bedrohe hast du pflanzen dinger äh was für dinge diese grünen dinge da ne 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 ich kann jetzt kein bett bauen äh pflanzenfasern einfach nur ja ja warte hol ich fix wie viel äh auch 20 glaube ich insgesamt ja ok ok pflanzenfasern kommen sofort bitteschön und seines einen auch dann schon damit es zählt falls sie jetzt vom hund getötet werden oh shit licht aus ich glaube das sehen die nicht mit dem licht wenn man jetzt hier in der ecke machen rechts zu nehmen rechts zu nehmen unter dem fenster in der ecke rein oder nicht ja eh umlegen ja weißt du nicht weil jetzt noch mehr platz wegnehmen und so sieht schöner aus ja und ist doch egal ja gut deswegen haben wir jetzt noch mehr platz glaub der dicke kommt her ja oh der hund ist aber auch direkt vor der scheißtür ey hast du noch holz ja warum storage hier oh da ist der kopf aber explodiert du lecko mio fatzki ich mach drei aufs eisen dann machen wir die wichtigen sachen rein hast du noch äh stein äh steingarn ein pflasterstein ja ja ist alles schon ja ja hm aber nicht schlecht dass noch tausend übrig sind ist das alles was du jetzt schon gemacht hast hier weil ich hatte ja 3000 oder so gemacht 3500 irgendwas ja 120 hab ich selber noch ja die hab ich jetzt grad noch ich hatte extra richtig viel gemacht noch und extra noch richtig viel stein abgebaut bevor wir hier los sind ich glaub selber auch gemacht und da reingelegt hab oder so aber ja hab ich gesehen dass du da extra viel gemacht hast deswegen hab ich das auch mitgenommen ich wusste nur vergisst ja 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 ich glaub ich mach dir einfach alle aus eisen jetzt wenn wir so fette piechern ah ich brenne what the fuck haha oh der hund der hund steht jetzt aber auch direkt vor uns ich bin ja dann komm mal hier rein und mach die tür zu ich bin in den ofen gesprungen wusste nicht dass das einen auch anzünden ich mein ist schon logisch aber beim lagerfeuer geht es ja aber ich dachte jetzt nicht bei dem ding ich geh mal ein bisschen weiter dann stelle ich einfach aufs bett oder so jetzt muss ich wieder aufs nächste warten oh ich glaub da ist mir Platz drin er kommt und guckt er kommt und guckt oh haha übrigens dieses auge unten links ne ist ähm oh ist nicht nur die Sichtbarkeitsanzeige sondern das umfasst alles also das das ist ein Gesamtwert und der bezieht sich aus Lautstärke aus Sicht aus Bewegung alles da ist alles drin und dann rechnet er das halt zusammen wie auch wie auffällig du bist ich bin immer auffällig das Vieh haut aber auch nicht ab ne ich bin mal gespannt ob er gleich weg ist ne nein wird er nicht ne ne die Zombies bleiben doch auch immer ungefähr an der gleichen Sachen bis auf die Horden aber was macht jetzt so ein scheiß Vieh hier dann müssen wir das mal töten das hast du schon zehnmal gefragt ja dann müssen wir das mal töten sonst können wir ja hier nix machen andauern ne ja machen wir gleich bei Tag ja voll scheiße Drecksvieh willkommen zu Traitor Hughes wir haben die besten Weapons in Navisgain ja er ist natürlich nicht weg ich leg mich jetzt mit denen an Baby ok ja ich muss ihn noch warten bis Sachen gecraftet sind was soll schon passieren ha 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 ach so warte mal kann ich mich kurz einmal leer machen dann brauche ich meinen Rucksack gleich nicht ich habe mich schon gesehen echt ja 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 ich schieß mal kommt der rein? der kommt rein ins Haus ne ja dann macht der die Tür kaputt oh jawoll ich habe nur einen harten Knochenbruch alles mhm falls dann Vehicle Dings draus kommt ne ja gebe ich dir ja ich muss mich nur einmal alter geil alter die sind aber auch krass die halten schon echt viel aus holy shit ah was ist er was ist sie ah ich kann nicht laufen ich kann nicht laufen ok dann bin ich doch tot oder ne was seid ihr denn neue Gegner Typen wie geil ja die hatten wir doch schon ein paar mal Horde oder so ja ich bin so im Arsch alter ne am besten ich sterbe einmal gleich einfach ich hab halt keinen ich hab Knochenbruch kann nicht laufen kann nichts machen ja ich hab auch gleich sind einfach zu viele ja das ist einfach zu viel was kommt denn hier auf einmal warum kommt hier auf einmal so viel ja ich auch das sind halt 20 Zombies ja das finde ich aber ehrlich gesagt auch ein bisschen lame an dem Spiel das die halt so aufploppen so weißt du die kommen jetzt halt einfach aus dem nicht die sind einfach gespawnt alle so das das finde ich halt ein bisschen arschig irgendwie so keine Ahnung ja woher nicht jetzt beim Rucksack wieder ja muss ja ich hab beim Bett einfach gemacht dann bin ich näher jetzt sind die alle weg ja da kommt aber schon wieder eine neue Horde hier vor mir die sehe ich hier schon kommen sind direkt da was bist du denn das sind auch vier oder so was bist du denn das sind auch vier oder so da hier hinter dem Haus sind drei, vier ja ich wundere mich nur warum du nicht beim Bett jetzt gespawnt bist weiß ich nicht auf jeden Fall kommen die alle wieder ja ich muss kurz warten bis mein Hammer fertig ist ja du brauchst nicht mehr alles gut ist schon noch mehr alter ey ist immer gut jetzt das Gebiet wird schwerer ne und unsere GameStage ist bestimmt auch höher sieht man die nicht auch irgendwo ja in Steam in den Achievement-Konferen alter leck mich am Arsch ey doctor im schattel schattel Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die waren dann mal aufgeteilt in zwei. Guck mich mal. Was machst du hier mein Schatz? Ich bin ein bisschen zu sehr rückwärts gefallen. Ich kann da gar nicht mehr. Hast du den Knochen gebrochen? Was passiert hier? Ich habe die Sachen rausgenommen. Das klingt zu lustig. Das klingt zu lustig. Mir gehts gut. Alles gut. Mir ist nur ein bisschen warm. Das klingt gut. so richtig und mische ja den habe ich vorhin gekauft geil ja wie viel brauchst du da 20 pro ding das ist doch nicht so wichtig ja ich weiß aber das brauchen wir ja nicht fürs haus oder wollen wir die nächste welle mal im haus machen das könnten wir auch mal machen das wäre natürlich mal geil aber das ding ist halt dafür ist das haus noch ein bisschen klein um herzurennen aber wir könnten ja das ja komplett aus beton machen das müssen wir auch und dann aber eine leiter nach oben machen und dann haben wir ja auch praktisch wieder wie so eine pyramide hier oben können wir auch einfach drumherum einmal so wie so eine festung machen weißt was sie meinen so ringsherum einmal so dinge viel haben wir nicht mit zahlen ja ne diesen blutmund nicht das schaffen wir nicht das hier alles fertig zu machen oh schatzi weißt du was ich glaube achso hatten wir ja schon aber noch mehr von diesen scheiß viechern ja kommt jetzt blutmund meinste ja ja klar deswegen sei ja auch pyramide erstmal das ist sonst zu tricky das schaffen wir sonst nicht glaube ich na gut es wird aber immer noch schlimmer ja ja aber so haben wir mehr Zeit nachher wir schaffen das glaube ich nicht in der Zeit hier das alles ja ja ein bisschen krass mag das Schneegebiet aber das ist mal was anderes für die Augen weißt du oh krass baby ich kriege Honig aus Bäumen weil ich doch das mal geskillt hatte das ist richtig geil nebenbei Honig bekommen wir müssen hier aber auch tatsächlich schon wieder Schluss machen Leute und sehen uns sehr gerne im nächsten Mal wieder zu 7 days to die bye Tschüssi.